Hallo, ich bin Daniel für Mobile Geeks und heute packen wir zusammen das ZTE Blade S6 Plus aus. Das ZTE Blade S6 Plus ist ein ziemlich günstiges Smartphone aus China, das derzeit auch in Deutschland verfügbar ist. Für um die 250 Euro erhaltet ihr das gerade zum Einführungspreis auf ebay.de und danach wird es ein bisschen mehr kosten, so um die 270 bis 280 Euro, also ein ziemlich günstiger Bolide. Wir schauen uns ganz kurz die Verpackung an, sieht meiner Meinung nach ziemlich schick aus, schön weiß mit so einem Band hier drumherum, packen wir gleich gemeinsam aus. Aber vorher noch ein paar Spezifikationen, wir haben hier Android 5.0, also Lollipop, aktuelle Version dazu, den MSM8939 Octa-Core Prozessor von Qualcomm, das ist der Qualcomm Snapdragon 615. Dazu erhaltet ihr natürlich auch LTE, ist ebenfalls in dem Prozessor mit enthalten. Dazu 5,5 Zoll großes Display. Es gibt das S6 auch ohne Plus, dann ist das Display etwas kleiner. Die Displaygrößen sind so ein bisschen an das iPhone angelehnt. Rückseite beinhaltet eine 13 Megapixel-Kamera, die Front 5 Megapixel, dazu 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher, 3000 mAh Akku. Das ist so der grobe Überblick und ich nehme mir hier meine wunderschöne pinke Schere und jetzt packen wir das Gerät einfach mal gemeinsam aus. So, das ist die Verpackung Cool Green Open. Was auch immer das heißt, schauen wir mal, was da in der Box so alles enthalten ist. 250 Euro, wie gesagt, derzeit bei ebay.de und da schauen wir einfach mal rein. Deckel entfernt und da ist zunächst das Smartphone. Da sehen wir auch nochmal alle Spezifikationen, die es hier so zu wissen gilt. Und wir entfernen das mal. Ist gar nicht mehr so einfach. So, legen das ganz kurz zur Seite, schauen uns gleich das Ganze nochmal genauer an. So, was haben wir hier? Einen Quick Start Guide, den brauchen wir jetzt nicht. Und dann ist hier wahrscheinlich noch ordentlich Zubehör. Wir schauen zuerst in die große Box rein. Da ist nur ein Kabel drin. So eine große Box für so ein Kabel. Okay, alles klar. Micro-USB-Kabel, sieht ganz gewöhnlich aus. Weißes Kabel, alles klar, weggelegt. Und dann haben wir hier ein Ladegerät. Auch gut. Und zwar mit folgenden Daten. Wir haben hier einen Travel Charger. Output haben wir... Da steht es 1500 mAh. Das ist nicht so viel. Ich bin gespannt, ob das den Akku ordentlich aufladen kann. 5 Volt. Wisst ihr Bescheid für die, die das interessiert. So, das erhaltet ihr also alles in der Box. Hier die schöne Box. Smartphone, Kabel, Ladegerät und ein Quick Start Guide. Das war's. Mehr ist nicht enthalten. So, wir schauen uns jetzt das Smartphone an. Das ist das ZTE Blade S6+. Wir machen hier diese schicke Folie ab. Und die ist fast geklebt. Alles klar. Ah, die ist verbunden mit der Rückseite. So. Und so sieht das Gerät aus. Erster Eindruck, sehr, sehr leicht für ein 5,52 Smartphone. Wir liegen hier beim Gewicht bei 139 Gramm. Wirklich ziemlich leicht. Zweiter Eindruck, Kunststoff. Hier ist wirklich komplett alles aus Kunststoff. Die Rückseite ist aus Kunststoff. Vorne, ich glaube, das ist Gorilla Glass. Aber sonst hier diese Rückseite. Sieht zwar silbern aus. Aber ja, immerhin gut verarbeitet. Es knarzt nichts, wackelt nichts. Das ist auf jeden Fall ein guter erster Eindruck. Aber Kunststoff, ja, gut. So, ich schalte das Gerät mal ganz kurz ein, damit wir auch einen Blick auf das Display werfen können in der Zeit. Gehen wir ganz schnell rum. Hier ein paar Sensoren für die Helligkeitsregulierung. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine Benachrichtigungs-LED. Dann hier vorne eine 5 Megapixel-Kamera. Unten hier eine Taste. Es sollten eigentlich noch zwei direkte daneben sein. Die sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht. Linke Seite nichts. Auf der rechten Seite haben wir den An- und Ausschalter. Lautstärke-Regelung. Oben ein Infrarot-Port. Ja, ein 3,5 mm Kopfhörerausgang. Mikrofon, Micro-USB-Anschluss. Und das war es schon. Wir müssen also die Rückseite entfernen, um... Ja, so geht das. Ja. So sieht es aus. Um die SIM-Karte einzulegen. Und zwar haben wir hier ein Dual-SIM-Smartphone. Hier kommt die Micro-SIM-Karte Nummer 1. Da kommt die Micro-SIM-Karte Nummer 2 rein. Und hier kann man den Speicher erweitern mit Micro-SD-HC-Speicherkarten. Also nicht XC, maximal also 32 GB. Was ihr ebenfalls sehen könnt, den Akku kann man nicht austauschen. Zumindest nicht ohne Weiz, dass ich nehme an. Mit ein bisschen Werkzeug geht das schon. Aber so mal eben schnell auswechseln, das geht nicht. Klappe wieder zu. Hier sehen wir noch einen kleinen Lautsprecher unten. Und dann schauen wir mal hinten. Wie gesagt, 13 Megapixel Kamera. Oder doppelter LED-Blitz in zwei Farben. Schön. Und vorne hier dieses 5,5-Zahl große Display. Auflösung 1280x720 Pixel. Also jetzt nicht die höchste Auflösung, wie zum Beispiel hier beim Meizu M1 Note. Da haben wir nämlich ein Full-HD-Display. Beim Asus Zenfone 2 haben wir ebenfalls ein Full-HD-Display. So, ich habe die Einrichtung so ein bisschen übersprungen. Und da sehen wir, wir haben hier Android 5.0 Lollipop mit der üblichen Benachrichtigungsanzeige und hier den Schnelleinstellungen. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht das Display wirklich schön aus. Von allen Seiten gut ablesbar. Dazu die Schärfe könnte ein bisschen besser sein. Kommt jetzt nicht an ein Meizu M1 Note dran mit dem Full-HD-Display. Aber sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall ziemlich ordentlich aus. Falls ihr den Testbericht dazu nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Und falls euch das Video gefallen hat, dann natürlich wie immer Daumen hoch. Das hilft uns sehr. Und unten könnt ihr sehr gerne Fragen stellen, kommentieren und das Gerät diskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin Ali von UberGeeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.